Willkommen zur nächsten Aufgabe in Disney Dreamlight Valley und zwar Dreamlight Gastronomie. Es ist hier mit Tiana die nächste Aufgabe und ich soll hier mit den Dorfbewohnern reden, dass sie bei diesem Kochwettbewerb, glaube ich, mitmachen. Genau, Kochwettbewerb. Ich meine, Mulan verstehe ich. Gut, Christoph, Anna, Woody, aber Mike. Wo seid ihr? Ach ja, guck mal, hier Anna ist gleich. Ach, die steht hinter dem Busch. Da ist er. Okay, die ist auch dabei. Dann Christoph. Ey, die haben mal richtig Glück. Die sind alle auf einen Haufen. Ähm, jetzt. Ein feuriges Essen. Okay, der ist auch dabei. Und Mike ist doch, der ist, der macht alles mit. Und die sind auch beide zusammen. Das ist ja perfekt. Ich bin eine laufende Uhr. Oh, ja! Oh! Ah, ah! Aha! Ah! Oh! Aha! Eh? Ah, 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 ah! Und er wartet sogar. Der läuft nicht weg, das ist ja... Was ist mit dem los? ich mache mich richtig gut im fernsehen wartet zu zu dem haus also nicht ins restaurant zu seinem haus ich glaube das war sein haus ja ja komm ein stück hier rein wir fangen mit waschen von den kräutern an ich soll die kräuter jetzt waschen das ist ja hervorragend nein garnelengrabben und hummer soll ich fangen das ist ja Okay, hier kann ich noch nichts machen. Dann fange ich an mit dem Fangen, also Krabben, Garnelen, Hummer, die Garnelen, der schillernde Strand, die Krabbe, eisige Höhen und den Hummer, Lichtung des Vertrauens. Okay, dann bin ich gleich wieder da, wenn ich alles gefangen habe. So, da bin ich wieder, das hat echt lang gedauert. Das hat sehr lang gedauert, das alles raus zu angeln. Man muss es nämlich frisch fangen. Das hat echt lang gedauert. So, dann muss ich hier noch die ganzen Zutaten zerkleinern. Ähm, ich nehme mal an, die Fässer Spitzhacke. Genau. So, und waschen würde ich sagen, Gießkanne. Genau. Ja, nimm. Das hat echt lang gedauert. Gerade der Hummer. Der ist nur in diesen goldenen Kreisen, das hat ewig gedauert. Oh, vielen Dank. Das ist ja hervorragend. Oh, unglaublich. Wiedersehen. Okay, dann soll ich das Essen hier. Essen. Essen. Das war's für heute. Ja, ich muss jetzt alles machen. Was bekommt der Gewinner? Ich werde das Gericht an meinem Stand präsentieren. Ich bin gleich wieder da. Ja, das hatten wir doch schon. Ich muss. Ja, ich muss. Ja, gut, das hatten wir schon. Gut, eigentlich ist es ja egal. Bis ganz bald. Jetzt. Und so, was war's? Das Hartholz. Und Ei? Ähm, Hartholz. Es reicht nicht. Dann muss ich doch noch kurz sammeln gehen. Dann haben wir schon mal das Ei. Gleich mal mehr gekauft. Ähm, Hartholz ist, glaube ich, hier oben. Hartholz, Wald der Tapferkeit. Ja, ich habe das hier auch umgebaut jetzt, dass ich wieder mehr Platz habe. Ich glaube, da kommen ja noch ein paar Charaktere. Ich wollte den Wald eigentlich hier lassen, aber ich habe das jetzt hier alles den ganzen Wald hier weg gemacht und werde hier auch wieder so eine Straße durchziehen und links und rechts dann muss ich dann überall Häuser platzieren, dann hat man da auch genügend Platz. Wir müssen alle hier so herstellen. Herstellen. Oh, vielen Dank. Oh, vielen Dank. Kommt da noch mehr? Wunderbar. Ein Foto von jedem Gerücht. Aha. Ich freue mich so, dass wir reden konnten. Geh mal zur Seite. Geh mal zur Seite. Geh mal zur Seite. Kann ich das gleichzeitig machen, dass ich nehme und zuhöre? Geh mal zur Seite. Geh mal zur Seite. Keh mal zur Seite. Ja, hm. Gut, dann kommst du dran. Ja, ja. Ja, ich bin okay. Ja, ja. Ein tolles Publikum. Hey. Ha, 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 ha. Mhm. Hey, danke. Das war klar. Nicht du. Ich muss jetzt echt. Ich dachte, am Ende gewinnen einfach alle. Wunderbar. Kommt da noch mehr? Ich freue mich so, dass wir reden konnten. Ja. Oh, ja. Oh, jetzt muss ich das Ding aufstellen. Also außerhalb von ihrem Palast, aber ich schätze mal, es muss in der Nähe sein. Oh, jetzt muss ich das Ding aufstellen. Ich glaube, das war es jetzt mit der Aufgabe. Oh, jetzt muss ich das Ding aufstellen. Oh. Oh. Ich glaube, es geht hier weiter mit dem auf Level 10. Das war es auf jeden Fall mit der Aufgabe. Bis zum nächsten Mal.